In diesem Video sprechen wir über eines der spannendsten, aber auch aktuellsten Themen im Hinblick auf Autismus, nämlich über das Thema Autismus und Intelligenz. Aktuell ist dieses Thema deshalb, weil nach dem neuen ICD-11 eine Testung auf die Intelligenz eines Patienten für die Stellung einer Autismusdiagnose zwingend notwendig ist, verpflichtend ist. Das ist bis jetzt nach ICD-10 und auch nach DSM-5 nicht so gewesen. Ja, und wenn eine Testung auf die Intelligenz eines Patienten bzw. eventuellen Autisten jetzt zwingend ist, stellt sich doch auch die Frage, warum eigentlich? In welchem Zusammenhang stehen denn Intelligenz mit dem gesamten Autismus-Spektrum? Und darüber und über viele andere Dinge sprechen wir einmal in diesem Video ganz ausführlich. Und dabei schauen wir uns vor allen Dingen zwei Themenbereiche bzw. zwei Fragestellungen ganz genau an. Nämlich erstens ist es richtig, dass Menschen aus dem Autismus-Spektrum sehr, sehr häufig eine geistige Behinderung haben. Und wenn das der Fall ist, warum? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Warum sind Autisten so häufig geistig behindert? Ja, und zweitens schauen wir uns einmal das Thema Autismus und Hochbegabung an. Es wird ja immer und immer wieder, gerade auch in den sozialen Medien gesagt, dass zum Beispiel Menschen mit Asperger-Autismus in vielen Fällen, eventuell sogar in den meisten Fällen, eine ausgeprägte Hochbegabung hätten. Auch da schauen wir einmal ganz genau hin, fragen uns, stimmt das überhaupt? Inwiefern stimmt das? Ja, und was gibt es unbedingt noch, was dieses Thema Asperger-Syndrom und Hochbegabung anbelangt, ganz, ganz dringend zu wissen und zu bedenken? Ja, meine Lieben, verlieren wir nicht zu viel Zeit mit dem Intro, sondern fangen gleich an. Ich hatte das Glück, einen wirklichen Experten zum Thema Autismus und Intelligenz mit meinen Fragen löchern zu können. Beziehungsweise hat ein wirklicher Experte auf diesem Gebiet mir einen Artikel für meine Internetseite Autismus-Spektrum-Info zum Thema Autismus und Intelligenz beziehungsweise geistige Behinderung im Speziellen zur Verfügung gestellt. Den direkten Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung. Und zwar hat sich Dr. Ronny Gundelfinger die Mühe gemacht, meine Fragen diesbezüglich zu beantworten. Dr. Ronny Gundelfinger hat sich nicht nur seit vielen, vielen Jahren ausgiebig mit dem Thema Autismus und Intelligenz beschäftigt, sondern ist unter anderem auch leitender Arzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Universität Zürich. Ja, und zu dem ganzen Thema Autismus und Intelligenz beziehungsweise Autismus und geistige Behinderung, womit wir jetzt erstmal starten wollen, sagt beziehungsweise schreibt Dr. Gundelfinger Folgendes. Nämlich erstens, dass der Begriff beziehungsweise Term geistige Behinderung, das müssen wir hier erst einmal feststellen, zwar noch sehr, sehr gebräuchlich ist, allerdings eigentlich nicht mehr verwendet werden sollte. Und zwar aus folgendem Grund, Zitat. Geistige Funktionen ein sehr breites Spektrum umfassen. Zu denen gehören zum Beispiel auch Gefühle, die oft nicht beeinträchtigt sind. Es geht also um intellektuelle oder kognitive Einschränkungen. Und dementsprechend ist im neuen ICD-11 auch die Rede von einer intellektuellen Entwicklungsstörung. Eine Bezeichnung, welche auch Dr. Gundelfinger in seinem Artikel übernimmt. Ja, das heißt, es wird hier erst einmal festgestellt, dass der Term geistige Behinderung deswegen problematisch ist, weil der Geist ja nicht nur aus Intelligenz besteht und schon gar nicht aus einem IQ-Wert. Das heißt, dessen, was man glaubt, im Hinblick auf Intelligenz mit entsprechenden Testungen zu messen und da dann irgendeine bestimmte Zahl rauskommt. Und nein, Dr. Gundelfinger stellt klar, dass der Geist natürlich noch sehr viel mehr umfasst als die reine Intelligenz. Ja, haben Autisten nun eine intellektuelle Entwicklungsstörung sehr, sehr häufig? Und wenn ja, warum? Das ist doch die große Frage. Dr. Gundelfinger stellt klar, dass ein Drittel bis ca. 50% aller Menschen aus dem Autismus-Spektrum eine intellektuelle Entwicklungsstörung aufweisen. Und der Grund hierfür, das finde ich wirklich spannend, sei der folgende Zitat. Es gibt viele Hinweise, dass bei autistischen Kindern viele Gene, die die Hirnentwicklung beeinflussen, verändert sind. Es ist anzunehmen, dass gerade bei schweren Ausprägungen von Autismus, Anmerkung von mir, diese Gene nicht nur die soziale Entwicklung in Richtung Autismus bewegen, sondern dass auch andere Bereiche, z.B. die kognitive Entwicklung, davon betroffen sind. Wenn bei diesen Kindern auch noch epileptische Anfälle auftreten, ist es ein weiterer Hinweis auf eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Hirnentwicklung. Das heißt, mal ganz einfach und zusammenfassend gesprochen, dieselben Gene, welche eine Entwicklung in Richtung Autismus-Spektrum beeinflussen, scheinen auch die Gene zu sein, welche eine Entwicklung in Richtung intellektueller Entwicklungsstörung beeinflussen. Und somit natürlich gerade bei schweren Formen von Autismus, weil hier natürlich dann wiederum der Einfluss dieser Gene besonders stark ist, auch wiederum besonders häufig auch eine stärke oder stärkere intellektuelle Entwicklungsbeeinträchtigung vorkommt. Das ist schlicht und ergreifend der Grund für das häufige gleichzeitige Auftreten von intellektueller Entwicklungsstörung und schweren Formen von Autismus. Ja, auch schädigende Einflüsse während der Schwangerschaft können die Gehirnentwicklung stören. Das schreibt auch Dr. Gundelfinger. Und dazu von mir auch nochmal angemerkt, dass man tatsächlich auch weiß, dass Autismus nicht nur alleine durch eine genetische Veranlagung entsteht. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und man heute sogar weiß, dass Umwelteinflüsse bei der Entstehung von Autismus einen größeren Anteil haben als die genetische Veranlagung. Es gibt so bestimmte Leitlinien, zum Beispiel die Leitlinie S3, in der wirklich das ganze gesicherte und aktuelle Wissen zum Thema Autismus festgehalten wird und im Hinblick auch auf das, was wirklich durch Qualitätsstudien gesichertes Wissen ist, wie Autismus entsteht. Ja, und in dieser Leitlinie, der S3-Leitlinie, findet man, dass Autismus vor allen Dingen durch schädigende Einflüsse während der Schwangerschaft ausgelöst wird. Ja, da können verschiedene Medikamente eine Rolle spielen, aber auch eine Diabeteserkrankung der Mutter kann eine Rolle spielen. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Einflüsse, welche da eine Rolle spielen können, dass ein Kind, wenn es noch im Mutterleib ist, eine Entwicklung hin in Richtung Autismus macht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und im gleichen Maße können diese schädigenden Einflüsse auch wiederum die Entwicklung des Gehirns des Kindes stören. Ja, das ist der Grund für die extreme Häufigkeit von gleichzeitigem Auftreten von geistiger Behinderung beziehungsweise intellektueller Entwicklungsstörung und Autismus. Ja, jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr interessanten Sache, auf die ich schon auch in anderen Videos hingewiesen habe. Problematisch ist vor allen Dingen bei Autisten auch die Testung beziehungsweise das Messen der Intelligenz an sich aus verschiedenen Gründen. Man weiß heute, dass man auch bei schweren Formen von Autismus die Intelligenz häufig unterschätzt hat. Das hat verschiedenste Gründe. Das hat zum Beispiel den Grund, dass ja schwere Formen von Autismus häufig auch damit einhergeht, dass diese Autisten nonverbal sind. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und viele Intelligenztestungen sind nun einmal verbal. Oder beziehungsweise, ja, sind darauf ausgelegt, verbal bearbeitet zu werden. Das ist schon ein großes Hindernis, wenn dann nonverbale Kanna-Autisten diese Intelligenztests bearbeiten sollen. Und dann über diese Bearbeitung, ja, ein Ergebnis, eine Zahl herauskommen soll, wie intelligent ist denn dieser Betroffene. Schwierigkeiten im Hinblick auf Intelligenztestungen kann es aber auch bei Asperger-Autisten zum Beispiel geben, also verbalen Autisten, die ja trotzdem bestimmte Besonderheiten, auch was das sprachliche Verständnis anbelangt, die sind da sehr detailfokussiert, können implizite Bedeutungen häufig nicht intuitiv erfassen, lesen Sätze häufig wörtlich und haben deswegen ganz, ganz häufig auch Schwierigkeiten, dahingehend die Aufgabenstellungen, Intelligenztests überhaupt zu verstehen und vor allen Dingen schnell zu verstehen. Intelligenztestungen, ja, als eine wesentliche Komponente dessen ist ja die Zeit. Wie viele Aufgaben kann ich in welcher Zeit bearbeiten? Und die Zeit ist sehr knapp bemessen, beziehungsweise ist in aller Regel bei den meisten Testungen so bemessen, dass man gar nicht alle Aufgaben schaffen kann. Und man schaut eigentlich nur, wie viele Aufgaben schafft eigentlich, schafft jemand. Und ja, wenn natürlich dann auch sprachlich begabte Autisten schon ganz viel Zeit damit verlieren, sehr viel mehr Zeit als nicht-autistische Menschen überhaupt die Aufgabenstellung zu verstehen und zu interpretieren und in Erfahrung zu bringen, was soll ich jetzt hier überhaupt machen? Dann möchte ich sagen, ist das natürlich ein unfairer Nachteil, wenn ich das hier so sagen darf, für diese verbalen Autisten im Hinblick auf die nicht-autistischen Menschen, die die Aufgabenstellung sofort intuitiv verstehen und sofort dann auch ohne Zeitverlust mit der Bearbeitung der Aufgabe anfangen können. Ja, viele Autisten sind auch einfach, egal jetzt, ob frühkindliche Autisten, ob Asperger-Autisten, ob atypische Autisten, sind auch häufig gar nicht gewillt von ihrer Motivation her, überhaupt diese Testungen zu machen. Und zum Thema, welche Probleme kann es bei der Durchführung dieser Testungen geben, welche Probleme kann es überhaupt geben, die Intelligenz von Autisten richtig zu messen, schreibt auch Dr. Gundelfinger noch einmal. Zitat. Ein Testresultat ist außerdem immer eine Momentaufnahme. Gerade bei schwer-autistischen Kindern dürfte ein Testresultat vor Therapiebeginn ein zu niedriges Resultat ergeben. Auf jeden Fall muss nach etwa einem Jahr einer intensiven Autismus-spezifischen Behandlung wieder überprüft werden. Oft zeigen Frühinterventionen eine eindrückliche Verbesserung der IQ-Werte. Die Kinder sind aber nicht intelligenter geworden, sondern haben in der Therapie gelernt, ihr Gegenüber besser wahrzunehmen, sich auf eine gestellte Aufgabe einzulassen und so ihre Fähigkeiten besser zu zeigen. Zitat Ende. Ja, dazu nochmal von mir die Anmerkung. Viele diese Intelligenztestungen, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, gerade natürlich bei kleinen Kindern, die ja noch gar nicht lesen und schreiben können. Und natürlich auch bei, im Hinblick auf nonverbale Autisten, schauen natürlich, wie interagiert jetzt ein Kind mit seinen Bezugspersonen. Ganz wichtig zu verstehen. Und ja, es ist natürlich jetzt keine Überraschung, kein Geheimnis, aber ich muss es der Vollständigkeit einfach erwähnen. Autisten, das oder das autistische Syndrom ist ja in seinem Kern eine, ja, eine beinhaltet im Kern ja eine Einschränkung oder eine Verkomplizierung der Interaktion des Betroffenen mit seinen Bezugspersonen. Also ist es natürlich klar, und das ist auch das, was Dr. Gundelfinger hier schreibt in dem Artikel, dass natürlich, wenn einfach die, ja, die Interaktion mit den Bezugspersonen aufgrund der autistischen Thematik beeinträchtigt ist, das noch nicht heißt, obwohl das fälschlicherweise dann als Resultat in diesen Testungen häufig rauskommt, dass dieses Kind einfach nicht intelligent ist, diese Interaktionsaufgaben mit den Bezugspersonen zu lösen. Nein, es geht einfach nur deswegen nicht oder sehr viel weniger oder anders, als man es erwartet in die Interaktion, als ein Autist ist, nicht weil die Intelligenz niedrig ist. Ja, und das ist ein weiteres solches Problem bei der Durchführung solcher Testungen. Ja, dann merkt Dr. Gundelfinger auch noch an, dass die Testergebnisse im Hinblick auf den IQ nicht überbewertet werden sollten. Ja, warum? Intelligenz ist nicht alles. Das ist halt auch nun mal ein Fakt, ja. Es gibt noch so viel mehr im Leben und es gibt noch so viel mehr Fähigkeiten, die nicht auf der reinen, puren Intelligenz basieren und schon gar nicht auf dem, was man als Punktewert bei einer Intelligenzmessung dann am Ende rausbekommt. Ja, und Dr. Gundelfinger sagt, dass, interessanterweise sagt, dass er die Begriffe hochfunktional beziehungsweise niedrigfunktional im Hinblick auf Autisten für die beste Wahl hält. Das ist interessant, weil ja gerade diese Begriffe, da wird ja häufig gesagt, das sind Funktionslabels. Funktionslabels. Wie kann man denn sagen, ein Autist oder man denkt immer, dass unhäufig ist es wahrscheinlich auch so in den Köpfen vieler Menschen, aber nicht zwangsweise natürlich, dass damit eine Bewertung eingeht. Oh, der kann ganz toll funktionieren. Der ist mehr wert als jemand, der schlecht funktionieren kann. Aber gerade diese Funktionslabels sind ja sehr viel weiter und in lebenspraktischer Hinsicht sagt Dr. Gundelfinger und der Meinung bin ich auch, sehr viel besser als nur zu sagen, jemand hat eine hohe Intelligenz oder eine niedrige Intelligenz oder hohe Intelligenzwert in Form einer ermittelten Zahl, sondern sagt halt einfach, wie gut kommt er im Leben zurecht oder wie schlecht kommt jemand im Leben zurecht. Wie funktional ist er in der Welt. Ja, und das muss nicht mit einer Wertung über gut und schlecht im Hinblick auf den menschlichen Wert verknüpft sein, sondern das ist erstmal eine Tatsache. Es gibt Menschen, die kommen besser im Leben zurecht und Menschen, die kommen schlechter im Leben zurecht. Das ist, das kann man auch einfach mal, das ist ein Fakt. Da geht noch keine Wertung über den Wert des menschlichen Lebens mit einher. Ja, und deswegen sagt Dr. Gundelfinger, sind eigentlich diese Labels niedrigfunktional und hochfunktional besser, als zu sagen, Intelligenzminderung eines Autisten bei einem Autisten, Intelligenzgeminerte Autisten, Nicht-Intelligenzgeminerte Autisten und so weiter und so fort. Ja, wie steht es jetzt aber um das Thema Autismus beziehungsweise Asperger-Syndrom und Hochbegabung? Sehr, sehr interessant. Ja, es stimmt, viele Asperger-Autisten haben zumindest eine partizielle Hochbegabung und auch die meisten Savants, also die Menschen mit den extremsten Formen von Inselbegabungen, sind Autisten. Ganz, ganz wichtig. Nicht viele oder sogar die meisten Autisten sind Savants, aber von den Savants sind die meisten Autisten. Und dazu, zu dieser ganzen Thematik, muss man aber ganz, ganz dringend zwei Sachen wissen. Erstens, laut den Diagnosekriterien des ICD-10, wo es ja auch noch die Einteilung gab, im frühkindlichen Autismus, atypischen Autismus und Asperger-Syndrom, ist eine Intelligenzminderung, Intelligenzminderung ist übrigens der Begriff, der im ICD-10 noch verwendet wurde, intellektuelle Entwicklungsstörung ist das, was im ICD-11 verwendet wird, Intelligenzminderung, das, was im ICD-10 verwendet wird, ist eine Intelligenzminderung nach ICD-10, wo es ja noch diese Unterformen von Autismus gibt, beim Asperger-Syndrom kategorisch, ich möchte fast sagen, willkürlich ausgeschlossen. Das heißt, in den Diagnosekriterien steht einfach, wer eine Intelligenzminderung hat, kann kein Asperger-Syndrom haben. Ist so. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, den Begriff Asperger oder diese Unterformen in diesem Video zu verwenden, um einfach einen Sachverhalt verständlich zu machen, um die Sache kristallklar zu machen. Warum man zum Beispiel häufig sagt, Asperger-Autisten werden häufig hochbegabt, warum das ganze Thema geistige Behinderung, Intelligenzminderung beim Asperger gar kein Thema ist. Allerdings beim Kanar-Autismus sehr wohl, weil hier ist ja die Intelligenzminderung nicht per Diagnosekriterium ausgeschlossen. Ja, das ist alles ganz wichtig zu verstehen. Ja, beim Asperger-Syndrom ist eine Intelligenzminderung kategorisch ausgeschlossen. Und zweitens, das ist der viel, viel wichtigere Punkt. Mit Autismus geht in aller Regel ein Intelligenzprofil, wenn man Intelligenz misst, in einem Zickzack-Muster einher. Das heißt, Autisten sind in aller Regel von ihrer Intelligenz so aufgestellt, dass sie in den einen zu messenden Bereichen ganz besonders gut sind. Zum Beispiel Mathematik. In den anderen zu messenden Bereichen aber sehr, sehr schlecht. Nenne ich jetzt mal irgendwas räumliche Orientierung. So, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Man sagt und man liest immer wieder, hier mache ich euch eine Einblendung von Tony Edward aus seinem ganz, ganz großen und tollen Buch Leben mit dem Asperger-Syndrom. Das ist nämlich auch beim Asperger-Syndrom in aller Regel von einer normalen, von einer durchschnittlichen, von einer stinkend gewöhnlichen Intelligenz im Hinblick auf den Gesamt-IQ auszugehen. Und wenn man immer sagt, Asperger-Autisten wären so häufig hochbegabt, dann ist damit in aller Regel eine partizielle Hochbegabung gemeint. Das heißt, der Autist ist in den einen Bereichen, ich habe ja gerade von diesem Zick-Zack-Muster gesprochen, in den einen Bereichen vielleicht hochbegabt, dafür aber in den anderen Bereichen umso unbegabter, sage ich einmal, minder begabt, wenn ich das hier als Gegenteil zur Hochbegabung, niedriger begabt hier mal so sagen darf. Und wenn man das natürlich dann zusammenrechnet, das heißt die Peaks und die Downs, dann kommt man wieder auf einen normalen, gewöhnlichen, stinkend normalen Durchschnitts-IQ. Wenn man aber in der Psychologie von einer Hochbegabung im klassischen Sinne spricht, dann spricht man davon, dass Menschen in mehr oder weniger allen Bereichen einen hohen Wert von zum Beispiel 115 oder 120 oder 130 im Fall der Hochbegabung oder 140 aufweisen. Hochbegabt ist man definitionsgemäß ab einem Gesamt-IQ von 130. Denn neurotypische Menschen sind nämlich in allen Bereichen relativ gut oder relativ schlecht, das kann auch vorkommen. Autisten haben dieses Zick-Zack-Muster. Und das ist auch der Grund, ja, ganz, ganz wichtig zu verstehen, warum gerade die Menschen mit den krassesten Inselbegabungen, Savants, die nämlich ein, ja, auch deswegen ja eine Inselbegabung, die Person ist nur in einem Bereich besonders gut, dafür aber in anderen Bereichen umso schlechter, dass gerade diese Savants mit den krassen Inselbegabungen auf eine paradoxe Art und Weise am schwersten von intellektueller Entwicklungsstörung betroffen sind, dass die die geringste Alltagskompetenz haben, dass die höchst pflegebedürftig sind, dass wir da ein Mathe-Genie haben, der schneller rechnet als ein Computer oder zumindest ein begabter Mathematiker am Taschenrechner, was weiß ich, whatever. Aber, und das habe ich in Videos schon mal gesagt, um es einfach, ich weiß, das klingt hart, das ist polemisch, aber ich möchte eine Sache verdeutlichen, ich sage das nicht despektierlich, dass diese Menschen gleichzeitig nicht die Fähigkeit haben, sich selbst die Schuhe zuzubinden, dass sie da selbst da eine Assistenz brauchen. Ein Mathe-Genie, ein Physik-Genie, ein absolutes Ausnahmetalent, aber gleichzeitig eine hohe Pflegebedürftigkeit, Hilfsbedürftigkeit, weil in allen anderen Bereichen so eine große Beeinträchtigung der Intelligenz vorliegt. Ja, und das, da kommen wir jetzt natürlich mal zu einem Fazit, was das anbelangt, ist natürlich für das normale Leben im Alltag nicht gut. Denn, um im Alltag, in der normalen Welt gut leben zu können, gut zurecht zu kommen, ist es natürlich von Vorteil, nicht nur gut rechnen zu können, sondern in allen Bereichen einigermaßen gut zu sein. Und da ist natürlich auch im Hinblick auf intellektuell begabte Autisten ist es fast so ein bisschen Glückssache. Autisten können zum Beispiel in denen Bereichen gut sein, die ihnen im Alltag viel nützen, zum Beispiel Mustererkennung, das Muster in bestimmten und somit auch in sozialen Situationen zu erkennen und sind vielleicht dafür ganz, ganz besonders schlecht in Bereichen, die für den Alltag keine praktische Relevanz haben, zum Beispiel in Mathematik. Was schert uns noch die Mathematik im Alter? Jeder hat sein Handy und kann mal eben schnell alles zusammenrechnen. Wie hat man mir damals in der Schule immer gesagt, ich übrigens jemand, der in Mathe immer sehr, sehr schlecht war, du musst Mathe können. Du hast doch im Alltag nicht auch immer einen Taschenrechner dabei. Oh, wie sich meine Lehrer vor mal gerade 15 Jahren ganz dolle geirrt haben. Wir haben heutzutage alle unseren Taschenrechner dabei. Und wenn, ich sag mal ganz krass oder sag's mal ganz klar, wenn die mathematische Begabung ausreicht, wenigstens die Preise im Supermarkt grob überschlagen zu können, dann beeinträchtigt es uns im Alltag eigentlich überhaupt nicht, wenn wir in Mathe absolute Pfeifen sind. Der umgekehrte Fall ist aber ganz, ganz häufig der, das Klischee ist ja sogar, Autisten, Mathe, richtig gut. Soziale Fähigkeiten und vielleicht auch Mustererkennung in sozialen Situationen richtig schlecht. Das heißt, es kann auch den umgekehrten Fall geben. Ein Autist ist in den Bereichen super intelligent, die ihm im Alltag eigentlich fast gar nichts nützen, die ihn vielleicht zu einem respektablen Sonderling machen, durch welcher er aber trotzdem es noch nicht schafft, sich eine Freundin an Land zu ziehen oder einen Freund oder Freunde aufzubauen oder sich auf einen Job zu bewerben oder seinen Alltag zu schmeißen, seinen Haushalt zu managen und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, und so ist es natürlich bei intellektuell begabten Autisten häufig auch einfach Glückssache, was sie mit ihrer intellektuellen Begabung dann anfangen können oder nicht anfangen können, was das praktische Leben anbelangt. Eine letzte Sache noch zum Abschluss dieses Videos, zum Thema Autismus, Asperger, Hochbegabung. Ich habe auf Twitter eine ganz lustige Diskussion gelesen beziehungsweise mal geführt und da wurde herausgehoben, dass ja, ich finde es fast schon, ich finde es witzig, ich finde es auch, ja, ich muss sagen, ein bisschen überheblich. Lass es mich ausführen, worum es mehr geht. Da wurde mir die Argumentation kredenzt, dass zwar Asperger-Autisten, das zwar überall stehen würde, in aller Regel würde beim Asperger-Syndrom von einer stinkenden, normalen Intelligenz ausgehend sein. Aber weil ja, wie gesagt, durch willkürliche Diagnose-Kriterien beim Asperger-Syndrom eine geistige Behinderung kategorisch ausgeschlossen sei, würde dadurch ja bewiesen werden, dass die erlauchten Asperger doch intelligenter wären als alle anderen Menschen, die NTs. Denn, selbst wenn Asperger-Autisten in, was weiß ich, 80, 90 Prozent der Fälle stinkend durchschnittlich intelligent wären in ihrer Gesamtheit, gäbe es ja trotzdem noch, weil ja nach oben eine Hochbegabung, eine richtige Hochbegabung ist ja auch bei Asperger-Kategorisch nicht ausgeschlossen, gäbe es ja trotzdem auch super hoch, also wirklich tatsächlich hochbegabte Autisten, aber eben keine intelligenzgeminderten Autisten und somit würde der Schnitt bei den Asperger-Autisten durch die Diagnose-Kriterien ein Stück weit nach oben verschoben und dadurch wäre dann bewiesen, dass Asperger-Autisten doch viel intelligenter sind als die blöden NTs. Ja, wer mich schon länger verfolgt, der weiß, warum ich jetzt hier so spreche, warum ich das auch so ein bisschen, warum ich jetzt hier so ein bisschen trolle, warum ich so ein bisschen von den erlauchten Aspergern und den blöden NTs spreche, weil ich mich immer und immer wieder darüber aufrege, dass Asperger-Autisten, ich selber habe übrigens die Diagnose Asperger-Syndrom mehrfach erhalten, deswegen mache ich auch diesen Kanal und diese Videos, sich teilweise als etwas Besseres darstellen und häufig dann dieses Klischee von der Hochbegabung nehmen und sagen, ja, wir Asperger sind ja was Besseres, weil wir sind ja intelligenter als die dumme Mehrheitsgesellschaft, die aus den T's stehen. Das ist eine Spaltung, die Lehne ich habe und deswegen spreche ich jetzt auch, oder trolle jetzt ein bisschen so über diese Argumentation, die ich doch irgendwie ein bisschen sehr perfide finde. Und ja, dazu möchte ich noch anmerken, das ist wirklich der letzte Schluss in diesem Video, dass wir, wenn wir Intelligenz betrachten, es gibt ja auch die emotionale Intelligenz. Die wird bei den klassischen IQ-Tests nicht erfasst. Es gibt aber diese emotionale Intelligenz und spätestens, wenn wir den IQ, die emotionale Intelligenz, auch zur Gesamtintelligenz eines Menschen hinzuzählen, wenn wir sagen, ja, das gehört auch zur gesamten Bandbreite von Intelligenz eines Menschen, dann müssen wir einsehen, dass Autisten ganz, ganz häufig natürlich zumindestens da punktuell Probleme haben. Denn dass Autisten in der emotionalen Intelligenz Probleme haben, das ist ja wohl eins der klassischen, also auch was die ganzen sozialen Fähigkeiten anbelangt, das ist ja der Klassiker im Hinblick auf Autismus schlechthin. Und auch da möchte ich es nochmal relativieren, auch wenn ich mir auch selber gerne sagen würde, dass ich ein super Asperger-Genie bin und was Besseres bin als alle meine Mitmenschen auf diesem Planeten, mindestens nicht die blöden, nicht Autisten, das ist einfach nicht stimmt. Und ja, deswegen würde ich mir wünschen, auch weil ich kein Freund von Spaltung bin und weil ich meine lieben NT-Mitmenschen doch sehr schätze und da viele tolle Menschen kennengelernt habe, unter anderem natürlich auch dankbar bin für den Dr. Gundelfinger, der sich die Zeit genommen hat, so einen schönen Artikel für meine Internetseite zu schreiben und so mit dem Diskurs, ja, zu verbessern. Ich mag meine Mit-Mit-NTs und bin gegen Spaltung. Ihr Lieben, wenn euch solche Videos gefallen, abonniert gerne diesen Kanal, schaut gerne auch hier rechts unten in meiner Autismus-Playlist vorbei oder hier oben zieht euch eine weitere Video-Empfehlung von mir für euch zum Thema Autismus rein. Und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Damit könnt ihr mich natürlich auch privat und persönlich unterstützen. Haltet wie immer die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.